Jawoll, jetzt schießt ihr, wunderbar. Eine Minute, oder? Da muss ich auch noch schreiben. Und dann krieg ich auch viel. Also wir müssen auch passen. Wenn der Hippie infiziert wird, der liegt nur in der Ecke. Weißt du, was ich hier in der Ecke führte? Wir haben immer nur die gleiche Waffe gemacht. Also die haben hier nicht so wie bei dem MW3 verschiedene Waffen gemacht, sondern ein und dieselbe Waffe auch jeder mehr. Ja, das kommt aber vielleicht später noch, dass sie das ändern. Ich bin mal gespannt, dass du früher drin bist, als ich jetzt bei dir auch noch so lange. Ja. Ja. aber auch aber einfach jeder einfach eine Tür Hallo, was lauft ihr hier um die aufgescheuchte Hühner? Ihr sollt auch irgendwo stehen bleiben. Martin, komm zurück. Wir wissen alle, dass du gleich stirbst. Ja, anders als die Gruppe ist hier. Wer ist jetzt so infiziert? Ah, Darkness ist immer noch. So eine Lusche. Ja, weil der andere, der infiziert war, gerade rausgegangen ist. So eine Muschi. Anders, was geht? Rutschen wir doch ein bisschen rum. Ja, konzentrier dich lieber, Albana. Ja. Ei, Junge, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn ehrlich nicht, wenn er sowas sagt. Ist er Deutscher? Keep it up! Ich bin Deutscher, ja, normal. Attraktiv! Wuuuh! Ich hoffe es. Jawoll, ich wollte mich schon grad selber töten, Alter. Ich glaube, Darkness hat gemerkt, dass er bei der ersten Klasse, wenn der einzige infiziert ist, ne Waffe hat. Alter, jetzt geht's aber ab. Irgendwo, wir dürfen nicht sterben. Anders, hinter dir, hinter dir ist ne Finger. Falls es hart wird, renn einfach weg, da ist irgendwas, was dich beschütten tut. Alter, du hast ihn so gut. Ja, dann töte sie doch. Da sind viele, da sind viele, ich höre, die ihre Taktik anstehen. Ich schau auf, Alter. Boah, hier geht's ab wie in einem Zäppchen, Alter. In einem Zäppchen? Woher sollst du mich in einem Zäppchen abnehmen? Ja, kennst du nicht, du hast den Schlank hat schnell recht, gerade deine Mutter schiebt dir Wasser nach. Alter, das stimmt. Oh, du denkst, Alter, warum werden die immer weniger? Warum werden die immer weniger? Alter, nicht dein Ernst! Ich denk, Alter, warum werden die immer weniger? Ich bin nicht mehr ganz drittgenaut. Außen. Ja, ja, wie kann man mir auch? So, mach mal ne geile Map hier jetzt. Wir machen Prison Break. Was für ein Beat? Wollt ihr jetzt rappen oder...